Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dota und jetzt noch mit Link und mir. Servus. Wo wir einen dabei haben, der letzte Folge gesagt hat. Ah, letzte Folge. Was? Letzte Folge? Du hast vor drei Folgen schon gesagt. Das ist die letzte Folge. Ja, ja, das ist die letzte Folge. Um halb zwei. Das ist die letzte Folge. Wo wir normalerweise bis zum zwölf machen. Heute läuft's halt. Man muss ja mal die Zeit nutzen, die wir haben, ne? Das ist die letzte Folge. Aber es sieht schön aus mit dem bunten Kart. Das sieht schön aus. Mit dem bunten Kabel. Ja, das ist... Der Ring ist auch noch mal auf gar nichts hingefacht. Doch, Solarpanel. Ja, dazwischendrin. Ich meine, jetzt in dem, wo er laufen kann, wo er auf dem Gebäude gehört. Ach, ja, jetzt... Kommt schon noch. Lertig. Dann mit Ender kann er nochmal rein. Schauen wir, wie viel Kabel hier ist er drauskrieg. Na klar. Hier mit einer Range in der Hand rumläuft, sieht das schon... Äh, sieht das Hand aus. Crank aus, meinst du? Weil er fahr überall, die Blicke dann fehlen plötzlich. Dann mit der Mock kam er auch noch nach hinten mit den Kabeln dann. Ey, wie... Was? Mit Kabel? Ja, klar, da gehen auch Kabel rüber. Fett alles. Und zu der Dingsfahrung musst du jetzt auch Kabel legen, oder? Oder machst du das mit dem Tesseract, oder was auch immer du brauchst? Ja, das machen wir mit dem... Ja, holen wir es mal an Enderman Head und dann... Was ich grad nacht, dann gehen wir gleich einsuchen. Ja, weißt du, wie lange ich das mal gebraucht habe, um einzukriegen? Ja, und vor allem habe ich jetzt kein Schwert, womit ich das machen kann. Ja, also vergessen, du brauchst ja jetzt nicht direkt das Ding, oder was... So, du brauchst jetzt schon. Drum da hinten. So, wenn ich mein Dings zusammenlaufen haben soll, ja. Ja, wenn du die jetzt noch zum Laufen bringen willst. Ja, das ist so... Also, das ist noch am nächsten Mal, suchen das auch kacke. Ja, wenn du so dauern, wenn wir jetzt nur ein... Du brauchst ja zwei. Was zwei, wenn wir einen finden, ist der eigentlich hier einfach da hinten. Wenn wir dann einen finden... Ja, aber dann können wir die Maschinenfeld noch anschmeißen, so, dass du die Köpfe sammeln, weißt du? Ja, aber bevor du... Ja, das können wir dann noch machen. Das kann ich auch danach schon noch machen, einfach. Weil das letzte Mal haben wir vier oder fünf Folgen lang danach gesucht und einen gefunden. Mir fehlt genau ein Darksteel. Scheiße, wie machen wir Darksteel? Ich will noch schnell genug an meinem E-Sitan, bevor so ausgeht. Nein! War grad da. Fuck. Oh ne, du, alle Kabel wieder hinsetzen, weil ich mir kein Conrad-Binder rausgenommen habe. Du hast nicht zufällig noch Convert-Binder, weil wir filmen wir da, oder so? Nee, nee, hab ich jetzt nix mehr. Keiße! Oh, nee. Wobei, ich hab recht ein Kabel, die könnten reichen. Hier bist du meine Ehe. So. Oh, oh, oh. Das reichen sie nicht. Wie komme ich jetzt kurz Strom in die Nähe? Ohne dass ich die ganzen Kabel noch mal abreißen muss. Kabel ist ja nicht so. Ich kann das jetzt die Kabel noch mal neu zu bauen. Äh, Quatsch. Also normal ist das okay, Mann. Nice. Da, weil ich so für deine Zeit investierst. Was? Ja. 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 Und zwar Kohle war doch hinten ein Leck, glaub ich irgendwo. Das hab ich zu wenig von den Standardkabeln, weil ich die schon viel crafted hab. Da hab ich nicht irgendwo Kohle. Da. Ich hab so'n Chaos, weiß gleich wieder nicht mehr, wo ich was lang machen muss. Das ist aber scheiße. Ja, weil ich halt jetzt die Kabel hin und weg mach die ganze Zeit. Wo mein M.E. braucht. Irgendwo Kabel klauen noch. Kabel wegnehmen. Oh. Ja, grüne Gleitere. Die möchte ich mich zuvielfragen. Ja. Ja, ja. Meinst du denn? Und das jetzt? Unsere Z самого M.E. dazu? Da. 31 von denen kommen. Nein. Jetzt wieder alle wegmachen und nochmal hinmachen. Geil. Geil. Praktisch ist ja wenigstens, dass du die Fassaden nicht abbauen musst. Deshalb siehst du ja durch, dass du innen drin die Kabel wegmachen kannst, wenn du eine Ranch in der Hand hast. Okay. Okay. Willst du denn hier oben ist Fiech weg. Geil. 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 mit den neuen körper noch alles andere anschließen ach sie haben schon los nein es ist der kompletten weg den ich gerade vorgebaut habe natürlich habe ich heute sehr viel gemacht wenn ich das alles noch mal machen weil nachher oben waren vielleicht so viele Kabel jetzt habe ich 62 von den neuen Kabeln heute werde ich trotzdem nicht überall hinkommen denke ich nach wieviel du zum opfarm hinter gebraucht hast wieviel Kabel ne Menge das kann ich dir verraten hab ich mir schon fast gedacht warum musst du die alle austauschen? weil sich die schlechteren nicht mit dem besseren verbinden ja aber gut du kannst das System hinten ein eigenständiges mal laufen lassen ja wie soll ich das machen ich kann ja ich kann da an der anderen Seite vom Solar Pendler anschließen das stimmt genau und dann muss ich nur alles hier bei uns im Haus mit den neuen Netz setzen richtig dann können wir zum opfarm hinter einfach auch so ein teleporting machen wenn wir was haben richtig ich sehe du denkst mit also nachdem ich mit gedacht habe ähm ach runter und gucken wie ich das angeschlossen bekomme ach so jetzt weiß ich es wieder vor allem ich baue von die Kabel hängen unten an dem Block dran ich baue sie ab die springen statt dass sie einfach runterfallen nein sie springen drei Blöcke nach oben dass sie jetzt extra noch die alle einsamen geben muss wow so jetzt muss ich hier nur noch Kabel verlegen sonst ist mein Ding jetzt fertig hier und dann machen wir das direkt natürlich in der Mitte und dann müssen wir alles hin und her transportieren müssen wir damit alte itemfiltern bauen damit die ähm das Ding hat jetzt noch kein Dach und es ist viereckig aber es ist trotzdem cool irgendwie müssen wir nicht alles rund bauen da hat jemand farm trotzdem irgendwann haben wir ja so ein unser rundes Gebäude in der Mitte und dann haben wir drumherum nur noch irgendwelche Farben Monster farm hier das farmt da jo passt ja ich bin nicht hier reingekommen wo bist du denn jetzt bei Solarfilen habe ich mich gerade reingebuddelt um das Kabel hinzulegen hier hier mal fahren müsste ich jetzt eigentlich Strom haben gleich laufen gucken das ist eigentlich auch wieder alles Strom aus den Maschinen die ich gerade umgebaut habe ja hier ich gehe natürlich nicht an den Grinder hin hm 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 so was denn da das ist das ist also obsidian brauche ich ob sie die eisen ihren iron ja das war wieder klar warum war mir das so klar an der richtung jetzt und strom geht sowieso nicht ohne strom geht sowieso nicht da ist das ende portal versetzt na gut ich muss jetzt aber sie schlimm die folge fast zu ende aber nein die folge läuft noch ein bisschen weiter weil ich das eben noch machen will du hast es nicht versetzt ja weil unter mir ist gerade gar nichts wo ich im nether auftauche ist normal und hier gleich den boden aber du hast du gar nicht versetzt oder ich hänge fest ich kann nichts machen ich kann mich nicht bewegen link ich bin kaputt ja was soll ich machen ich kann nichts mehr kann mich bewegen schlecht ja also ich kann alles sehen außer den schank wo ich drinstehe der ist nicht da ja kurz vor einer folge noch schnell bis koninkt ins gruppe problem für uns hier was wir unterm haus unter unserem haus richtig viel sand haben toll richtig viel sand brauchen wir jetzt auch nicht mehr jetzt nicht mehr koppel will dass wir aufhören weil wir einfach so lange schon drauf sind jetzt stehe ich im endportal genau aber schießt noch mich also irgendwann brauche ich hier noch mal ein stockwerk drunter so irgendwie drei hoch ist oder so einfach nur um die kabel unten dann alles gesehen mal man die kabel richtig hinkommen und nur für kabel verlegen okay so macht sich jetzt geht man in gang und reingraben und kabel liegt allerdings das stimmt das ist unschön warum können wir eigentlich noch nicht fliegen da war doch irgendwas ja das können wir immer noch ich sehe nichts geändert den linksten platz oben dann kabel reichen aufs kabel genau wie viel ich jetzt braucht um hier alles anzuschließen anzuschließen da müssen wir noch mal mehr machen ne eins habe ich noch übrig ein kabel ja das wird nicht reichen natürlich nicht baden dann weite rein lala ich habe dieses hin und her geportet da sieht man immer nur graue bildschirme ist ja immer noch nacht hier ich sehe nix ich bin angegriffen mit alles dunkel kann ich jetzt eh gar nicht benutzen oder weil wir nacht haben die ganze zeit schon jetzt ne sache tolle kiste machst du gerade mit leuchten oder enderpellen da rumliegen da habe ich gerade die kabel drin gemacht das sind alle maschinen hier schön aufgeräumt hast du schön gemacht ich kann schon mal die upgrades in unseren farm reinhauen da ist es geht und in unserer farm naja egal ich habe natürlich auch ein wartungsschannel für den ein wartungsschannel wenn wir von unten dran kommen was kann nicht sein ja da gehen keine verschiedenen items mehr rein nur noch rein was schon mal drin war das ist kacke müssen wir eine neue festbahn rein die festbahn waren voll ne ja ja wir haben jetzt lange genug überzogen für heute war es das schaltet auch morgen wieder ein nee warte mal äh übermorgen wenn two towns weiter geht ähm ja bis dann würde ich sagen ciao